Und da ist glaube ich auch ein Punkt, dass man, also es ist wieder so eine Sache, über die wir natürlich auch viel reden mit richtiger Rahmensetzung und vor allem erstmal auf der richtigen Reflexionsebene ankommen, damit ich überhaupt weiß, wie du sagst, welche Kapazitäten ich habe. Was aber dann, finde ich, auch so ein interessanter Punkt ist, den du jetzt erwähnt hast, wenn man jetzt einfach nur sagt eine Stunde und versucht, die quasi hochzurechnen, ist mir nur gerade eingefallen, wieder als quasi eigenes Beispiel, wenn ich mir so eine Woche hernehme, jetzt wieder eine, also die letzte Woche jetzt, wo man sich vielleicht etwas vornimmt, aber es ergibt sich halt einfach im Laufe der Woche, kommen dann für den Donnerstag oder Freitag halt bestimmte Aufgaben auf einmal quasi heraus aus dem, aus der Arbeit die Tage davor, dass das wieder viel mehr Zeit einnimmt, als man vielleicht vorher geplant hätte oder selbst wenn man es nicht eingeplant hätte, es nimmt auf einmal was weg. Und was ich aber da sehr gut finde, mit dem Zugang, den du jetzt beschrieben hast, ist, dass man zumindest mal beginnt, sozusagen einen Minimum-Einsatz für sich festzulegen. Weil ich finde, das ist ja auch so eine Disziplingeschichte, über die wir ja auch öfter reden und so eine Verantwortungsgeschichte, dass wenn ich sage, pro Woche nehme ich eine Stunde, dann muss ich mich auch daran halten, unabhängig davon sozusagen, wie mein restlicher Kalender abläuft. Aber gleichzeitig ist das ja genau diese Verantwortung, die ich quasi dann übernehmen kann und sage, am Montag bin ich jetzt früher fertig geworden mit meinen zwei To-Dos, ja dann schließe ich vielleicht jetzt gleich diese eine Stunde an. Was heißt das dann weiter? Das heißt weiter, dass ich zum Beispiel, ja das ist jetzt wirklich nur Hausnummer, irgendein zufälliges Beispiel, dann habe ich am Montag das schon fertig und kann quasi meinen restlichen Kalender ganz normal so durcharbeiten, wie ich das geplant hätte. Und angenommen, ich habe nochmal einen Freiraum, kann ich dort vielleicht nochmal 30 Minuten einschieben. Und das gleiche kann man aber natürlich quasi auch hintenrum sozusagen schieben, dass wenn ich erst am Donnerstag oder Freitag dazukomme, diese eine Stunde zu machen, oder quasi eben wieder diese Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, okay das habe ich bisher nicht geschafft, es ist aber Freitag und am Freitag möchte ich vor dem Wochenende diese eine Stunde drin haben, dann mache ich am Freitag früher unter Anführungsstrichen Schluss mit den To-Dos und nehme die eine Stunde. Und ich finde das führt halt zu sehr positiven sozusagen, fast schon Gewohnheiten kann man sagen, weil einfach diese eine Stunde, die muss in diesen sieben Tagen, die ich zur Verfügung habe pro Woche, die muss gemacht werden. Aber so als ersten Schritt mit wann das gemacht werden soll, ist ja fast egal. Aber diesen ersten Schritt zu schaffen, dass ich diszipliniert genug bin, diese eine Stunde für dieses Projekt zu nehmen und damit dann weiterzuarbeiten. Und das ist ja fast egal.